Hi, ich bin Robert Barter. Und das ist das Pegasus Wing, das Keyboard von Versi. Was dieses Keyboard kann, wie es klingt und ob es Flügel verleiht, das zeige ich euch jetzt. Was wirklich cool ist beim Pegasus Wing, es hat echte Zugriegel. Neunkörig für die rechte Hand und Siebenkörig für die linke Hand und sie reagieren in Echtzeit. Die rechte Hand und Siebenkörig für die linke Hand und sie reagieren in Echtzeit. Das war nur eine ganz kleine Auswahl an Sounds, die hier in dem Pegasus Wing werkseitig verfügbar sind. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Wir schalten die Drums ein, die Begleitautomatik dazu und hören das Ganze dann eingebettet in einem schönen Arrangement verpackt. Das war nur eine ganz kleine Hand und sie reagieren in Echtzeit. Das war nur eine ganz kleine이었 So, das war nur eine ganz kleine Kostball bei dem Wenn ihr mehr Infos möchtet, schaut mal herein hier beim Music Store in Köln oder informiert euch online auf www.versi.de. Viel Spaß!